hallo und herzlich willkommen hier ist bei der folge hier hier thüringen ja bei allen präsentieren fertig 32 wird jetzt die runde festgemacht im stuhl oder tisch irgendwo hängig ist ja zum hof ja die anderen beiden sind auch schon da der erste mit 32 neues probiert weil der standpunkt mit 32 etwas ungünstig gelegen noch hinzu und dann auch schwierigkeiten den ausgang zu finden zum nasche holen allgemein schwierigkeiten was wir hier haben ist ja das kursblät nicht da weiter macht so aufgehört wurde das kommt dann noch hinzu aber zumindest der selbstständige reste und zwar von der hof direkt als zulieferer ist denn da etwas ungünstig mit zu fahren und dann naja es klappt nicht so die beschreibung ist gut einleuchtend aber da ist irgendwie schwer einzurichten also dass man da da gibt es keine gescheite gefällt zu fahrt um das irgendwie die straße blockiert werden würde ja dann kommt noch ein problem zu das praktisch ja das schwer anzusteuern ist mit feld 5 mal gucken da hast du ein bisschen anders das fällt was war genau neben dem feld kurs und das könnte dann vielleicht besser klappen also jeden fall das problem mit allgemein mit ja das macht sich schlecht was blöde ist was kursblät das nicht findet weil irgendwas mit der karte so nicht so ist wie es auf dem marsch sein könnte oder ist da finden die fahrzeuge mehr dahin wo sie aufgetan bei crossing aber auch dafür das auch weiß nicht genau was hier anders ist immer ist es anders die mal klein übrigens haben genug milch da kann man warten die eine modell hat er nur 34 aber da können wir warten bis wirklich die aber leer ist ansonsten könnte ich mal was verkaufen takt man holt ich vorher reparieren aber die bga ist voll die kann man stehen bleiben 05 aktuelle arbeit den nächsten wiesen an die musik manuell machen mit mit tanken wollen wir nicht das geht ja nicht das geht ja auch nicht so besser waren sie wie die zeit vergeht es kommt mir so vor wenn neulich halbend war jetzt schon der zweite feiertag mehr oder weniger zu ende das ist der letzte wahnsinn ja mal schauen also jetzt und hier darf man nicht reinfahren ja dann machen wir nicht die anderen beiden sind auch nicht recht voll taktoren müsste jetzt mal den erstmal weg stellen und den anderen mit der gruppe kann da rein dann muss ja da mal gucken was der andere macht ja nicht mit mit dünnen ja am 8 man überlegt jetzt die folge ist im neuen jahr im neuen jahr ist im neuen jahr ist 3 muss man nachdenken im neuen jahr 3 4 der erste ist ein montag dritte mittwoch dritte also dann in fünf tagen soll der große protestaktion sein der sechste ist ein das ist ein montag also leute wer was vor hat lieber nicht am montag kommt große protestaktion wo ist der andere dann aufgehört das können wir mal entlassen die brauchen eine weile bis er hat zumindest nachschub geholt das hier habe ich die position geändert am feldrand hier oben irgendwo aber von da aus gut ich habe jetzt auch eine feldausfahrt gemacht da oben wahrscheinlich brauchen wir eine separate feldausfahrt dass er hier klarkommt und ich weiß genau dass der bruder jetzt nicht klarkommt mit dem ja mit der erne runter wir müssen mal ein bisschen ausklappen ganz oben die ecke mit machen gleich und dann hier das wir werden mit machen das ist der nachteil war da und schlafen anders wäre das vielleicht ein bisschen leichter wenn das im grunde froh dass alles aus die aussage übergeklappt hat ohne ja wieder mal so ist mit der technik die felder sind ja auch nicht einfach in dem sinne obwohl ich hier eigentlich grunde so ein bisschen mehr also im feldrand mehr stehen lassen hat mir also wissen anders eingefahren habe da wir wissen luft haben aber so viel ist ja gar nicht zu machen hier in dem falle würde ganz gerne mal repariert das nicht schlecht und takten müssen bald also da müsste ja fast durch seine was ich mir vorstellen könnte wäre gleich die nächste wiese zu mähen und zwar fährt schon mal ganz wichtig um die meldung zu den ehren führten eine position nicht mehr fahrbar ja und zwar die kann man gut mit kurs welcher nicht geht das ist die wiese hier oben rechts das ist halt mal so hätte hier vielleicht mal einen kurs einfahren können mit oder kann man nicht durch oder mit der eltern kurs aber nun haben wir es nicht gemacht muss es so gehen ja hier hatte ich mal nichts zu gebaut aber ich glaube da oben die meldung wieder voll ist das ist die wgh zu gut arbeitet oder irgendwas gemeldet ist voll aber bitte man hier gärst du krieg man nicht verarbeitet da ist gut oder für den güter das ist nicht so gut und hier geht rohmitar nicht raus einlagern das könnte man schon mal hinbekommen da könnte man schon mal erdbein wenn was fehlt und der substrat fehlt aber irgendwann mal gelegenheit wieder rein fahren dafür rohmitar ist er jetzt auf verteilte gestellt und hier haben wir das inhalt fehlt und hier nimmt er nichts an weil er ja gut oder das wird blöd ne das ist der kleine vom anderen hof und das müsste hier am hof sein glücker markt er keine müssen wir schon wieder fahren wenn der verteilt wird dann haben wir 40.000 verteilt das ganz gut und dann klappt das auch wieder über den meinen und hier wollen wir mal rein mähen ohne schwatt zur nächsten vornachstunde wird es ja verteilt passt hier war aufbreite einschalten müsste es so sein und da auch solange ich so viel Heu habe werde ich kein Heu machen aber das Heu-Lager soll ja auch leer werden das ganze Problem hier ist das Spezialgras, hier geht es ja nicht das ist schlecht komischerweise ja das muss jetzt keiner verstehen anderes Gras sieht aber ganz gut aus hier ist ein bisschen alles ein bisschen eigenartig aber wollen wir nicht meckern ist alles kostenlos ne im Grunde, wenn jetzt die Änderungen kommen mit Terra Life, wenn das klappen würde, ich weiß ja nicht bisher ist es, jetzt kommt immer die Weihnachtspause die jetzt aktuell läuft ne also ganz links ist alles grün, das ist schlecht und das Gras eigentlich wollte ich ja hier den Wald wegholzen links aber was man also will ne das ist alles krass ne ne nehmen wir jetzt nicht mit ne lagert ein bisschen weg ne ja gute Arbeit noch ne ja eigentlich wollte ich die Wiese, also das Feld links zu kaufen ne ja eigentlich ne aber mit Kartoffeln ist kein gutes Geschäft zu machen das ist halt mal so das ist halt mal so so haben wir Uhrzeit ey für nur 10 man die Woche habe ich keinen Stress ne, so frei Stress habe ich sowieso nicht, aber ich möchte gerne mal zum Freitag mit durch sein und bearbeiten, ne also Freitag eigentlich, die Woche hatte ich ja die Spätschicht gehabt weil ich am Freitag nach der Arbeit bearbeitet und dann gleich hochgeladen für die ersten 7 Folgen immer in Hoffnung, dass es gut läuft, ne also, dass es schnell geht, ne ich habe eher so einen Verdacht, dass YouTube auch ein bisschen da zu langsam ist ich glaube, die sind ja vielschichtig kann ja die können ja auch ein paar Probleme haben in der Leitung, ne wer weiß, wo die langlaufen ja, draufgelatscht ja, das kann ja wer nicht finden zum nächsten Mal, wenn es mal so ärgerlich ist da muss ich eingreifen wenn der kein Ziel führen kann, dann ist das immer blöd das tut er immer ganz zum Schluss, ne ja und das, äh ich habe da eine Ausfahrt gegen gezaubert ist mir zu hoch oder es ist einfach ich muss hier vorne mal gucken, hier vorne an der Straße könnte ich noch eine Ausfahrt hinzaubern nur eine Ausfahrt, keine Drauffahrt muss ich mal kurz hin anzeigen lassen ist auch vielleicht ein bisschen weit weg vom Kurs, wenn er das nicht findet so das kann er auch nur für den nächstgelegenen Punkt, ne soll das hier nicht gemacht worden, also so, neuer Versuch und ich muss hier was drauf bringen an Gähreste, weil es schlichtweg und das ist ein bisschen schmal das ist ja tragisch mit dem kann ich leben mal weg so, jetzt ist es perfekt, würde ich meinen gut ja, die 20 Kilogramm 90, 10, 5, ja das passt schon so Ertrag 141% theoretisch bei Körner Mais, ne was kommt hier aus die Mellung? noch nicht gefunden naja, er muss wahrscheinlich doch irgendwo einen Kurs in der Richtung haben, wo er rausfahren kann ne na ne na gut aber nächstes Problem, er wird diesen Punkt nicht finden zum rausfahren aber Köln 5 ist ja gleich in Grün, ne äh, ja genau jetzt kommt welcher der Letzte bis zum Schluss, ne Strohwein da und das macht nichts einige Grasorten, da verträgt er und andere macht er dumm Grün, ne dann ist er hier unser Spezialgras, ne was ja nass wird Bäume sowieso wenig ja, hier haben wir zugebaut hier weil immer alles voll ist, ne L-Grün, naja ich glaube hier hat man nicht mehr gedüngt, weil es schon überdüngt war jetzt hier auch vorne aus ich würde es hier so lassen, hier braucht nichts drauf Einzige was gemeckert wird wegen Pflügen, ne aber Pflügen würde ich nicht machen zwar erst wenn ich es machen würde, dann nur mit dem Feld zusammen da, ne und da eigentlich ein Feld erstellen, ne dann wird es auch Cosplay erkennen aber ein bisschen Gras können wir auch reinmähen, ne das ist jetzt die einzigste Wiese erstmal erstmal die eine Wiese, die da oben ist, ist ein bisschen schräger die ist noch ein bisschen dämlicher zwar wegen Wallenpressen, weil die rollen ja komplett runter, ne oder man macht Quaderwallenpresse, ne ein bisschen Brotkraut drauf, ne oder ist das nicht so verkehrt ich meine das sind ja in dem Fall Kräuter, ne was Gutes ist für Futter allgemein was Gutes, wenn es keine giftigen Pflanzen sind, ne den gibt es ja auch ob ein giftiges Baier ist, das weiß ich jetzt nicht so, Prüfung geht ja ich meine das ist ein gutes Zeichen wenn ein Mikrofon, wenn ich nicht rede äh weg ist, ne dann ist gut dann ist der Abstand zum Lautsprecher weg also Rückkopplung soll es eigentlich nicht geben sollte ich werde jetzt aber die nächsten Tage Rückcrossing wieder mal einen Surf einrichten in der Hoffnung, dass es jetzt klappt äh einfach für vier Wochen verlängert dann klappen wir noch, ne mach ich jetzt mal dann ist ja guter Freitag oder morgen fahren wir doch mal sehen, oder ich kann doch schon verarbeiten, ne bearbeiten, ne aber jetzt die dritte Reihe jetzt sind am Wickel könnt ihr auch theoretisch die äh, die Jäger uns für eine Folge aufnehmen das wäre sehr gut möglich wie gesagt, das ist ein bisschen ja wohl, das mag täuschen, ne das Prinzip ist ja so ich veröffentliche ja praktisch immer Dienstag am Donnerstag und das sehe ich entsprechend auch wie viel guckt wird, ne also wobei für den nächsten Tag was gestern um ab 16 Uhr so geschaut wurde was da hinterher geschaut wird äh, das weiß ich gar nicht ne, das kriegt ja gleich mit äh, das ist ja nicht so, dass man da jetzt, äh, 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 ja deswegen würde ich ja was mit Tisch probieren oder muss ich mir, oder muss ich mir Zeit Zeit nehmen für die berühmte innere Schweinehund dazu machen, was man nicht so gerne macht, ne nur also einrichten und dann erstmal testen also testen ja muss ich mal schauen, wie das so hinkriege am besten spät nachts das ich meine, normalerweise ist es ja ganz gut wenn jemand rein so einguckt und sagt du, das und das äh, passt noch nicht, ne äh, Musik ist eh so ein na gut, Musik habe ich auch sowieso nicht ich habe da einmal äh, äh als YouTube-urechtes Schwerte gehabt von sich aus, ne und ja, da ist aber irgendwas gelaufen vom Spiel, ne Ton Musik Ereignis, wenn man so auf eine spezielle Musik kommt und dann irgendwann waren wir mal bei Voraus gewesen also da habe ich gar nicht bekommen, dass es eine Beschwerde war von YouTube, nicht von Voraus, sondern von YouTube ich meine, da geht es immer darum, äh, wer kriegt das Geld von der Werbung, ne und da ich ja kein Geld von der Werbung bekomme ist mir das im Grunde erstmal völlig egal, ne aber längerfristig gesehen wäre das ungünstig wenn viele Videos da Probleme bereiten, ne da kann man lieber auf die Musik verzichten, ne geht ja nicht anders und Musik zu machen, die dazu nicht passen, wäre auch blöd, ne ja, bei Fred Action immer zum Beispiel, wenn er, äh, wenn das wieder gespielt wird dass da einige Tonpassagen nicht zu, zu hören, ja, zu hören sind, äh, zu sehen ist gut äh, das da entsprechend, äh, wegen URI berechtes, ne was für da genau ist wahrscheinlich, äh, ist das für YouTube, äh, reserviert, und das wieder über Tisch, äh, ist das dann, tja, gesperrt, ne hier ist der Tag wieder besser, ne hier ist der Tag wieder besser, ne am Rand, wahrscheinlich, weil das, äh, das, äh, das an sich auch nicht dünken lässt, ne der ganz, äh, der linke Hand, ne also wahrscheinlich so, Geras fährt, lädt es, und wahrscheinlich, äh, vermutlich mal, wenn er jetzt gerade auf dem Feld äh, spielen und die Strecke wieder abfahren, die er schon gefahren ist wahrscheinlich, das ist halt so lassen wir so stehen, ne ist ja dann auch egal kann man gleich mähen hier äh, die Bäume ist ja ich muss ja trotzdem irgendwie von außen machen, weil sonst sehe ich die Gründe nicht, ne mit GPS geht es ja nicht, ne wo wir gerade ausfahren, in dem Sinne dann irgendwo so annehmen, ne ja, das soll schon freundlich gewesen sein ich sag mal vielen Dank bleib dir einschauen ja, 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 wo ich schon beim anderen Videos alles gesagt habe tschüss und da wird auch sicherlich so ein Beitrag noch kommen wo das jeder auch noch sehen kann, ne das könnte ja sein also Discord habe ich schon Weihnachten gewünscht und das gleiche werde ich auch ein neuer machen und das gleiche für YouTube tschüss und das ist das auch noch die